Hallo Leute, hier ist der Max und ich dachte, mit dem heutigen Google-Ausfall werde ich mal dazu nutzen, euch etwas in die Geheimnisse von Programmierer-Humor einzuweihen. Allerdings, by the way, eine Sache muss ich am Anfang loslassen. Programmierer mögen es eigentlich gar nicht so sehr Programmierer genannt zu werden oder schon gar nicht Coder. Die meisten bevorzugen Softwareentwickler, sollte man an der Stelle vielleicht mal erwähnen. Und das erste, was man hier sieht, könnte man sich richtig gut vorstellen, dass das heute so bei Google gelaufen ist. Und ich meine, wer kennt es nicht, das ist jetzt nicht speziell Programmierer-Humor, das ist wahrscheinlich was, was jeder kennt. Du willst auf einen Button klicken, du willst einen Button klicken und dann, und dann, und dann plump. Und dann poppt irgendwas auf. Wie oft ich da schon auf falsche Links geklickt habe, weil irgendwo ein kack Pop-Up aufgeploppt ist, kann ich nicht zählen. Und solche Top-Secret-Admin-Pages, natürlich ist das jetzt hier krass gestellt, aber das gibt es öfters, als man denkt. Es gibt ziemlich viele Web-Server, die zumindest Status-Seiten im Internet haben, die sie eigentlich nicht haben sollten. Das ist auch was, wenn das ein Programmierer sieht, dem wird sofort klar sein, warum es 256 Leute sind. Und zwar dieser News-Artikel schreibt, by the way, mich würde mal interessieren, jetzt müsst ihr mir mal den Witz erklären, ist das gestellt, einfach nur, dass es lustig ist, oder ist die WhatsApp-Gruppen-Chat-Größe wirklich jetzt auf 256 Leute limitiert? Ich benutze kein WhatsApp, vielleicht könnte man das mal der einen oder anderen sagen, der sich damit auskennt und WhatsApp benutzt. Zumindest, äh, dieser News-Artikel schreibt halt, dass WhatsApp die Gruppen-Chat-Größe, ähm, auf, äh, limitiert auf 256 Leute hat. Und diesem News-Schreiber ist überhaupt nicht klar, warum WhatsApp sich festgelegt hat auf so eine komische, so eine komische Nummer. Jedem Programmierer ist das sofort klar, warum 256 Leute. Ganz einfach, 256 ist genau das, ein Byte, was maximal man darstellen kann mit einem Byte und das Ganze im Dezimal. Also sprich, 0 bis 255 ist das, was in den Byte reinpasst an Zahlen und, ja, 256 ist halt ein Byte. Ganz einfach. Der hier, den finde ich wirklich gut. Es ist ja gerade in der Schule so, dass, ähm, die Lehrer immer sagen, ja, Wikipedia kann viel missstehen, Google kann viel missstehen. Ja, und hier ist es halt auch so, ähm, Doktor sagen, wenn man online nachguckt nach Krankheiten und sonst was, macht einen das nicht zum Arzt. Und da denken sich Programmierer so, hm, was mach ich denn sonst den ganzen Tag? Und das ist auch hart an der Realität dran, wohingegen es stimmen mag, ja, dass du nicht zum Arzt wirst, wenn du online nach Krankheiten suchst. Und es ist, ähm, unglaublich oft so, dass man den halben Tag damit beschäftigt ist, irgendwas auf Google zu suchen, auf Stack Overflow zu suchen und Code zu copy-pasten. Also, da sieht man auch irgendwo dran, dass Programmiererhumor gar nicht mal ultra lustig ist, sondern eher die Realität irgendwie clever verpackt, ja. Suchalgorithmus ist auch erstaunlich nah an der Realität dran. Ähm, Suchalgorithmen probiert sich jeder mal, der neu im Programmieren ist und das ist, das ist eine komplette Wissenschaft für sich. Da geht es halt darum, dass man möglichst effizient Listen mit, äh, zufällig sortierten Elementen in eine geordnete Reihenfolge bringt, ja. Also, sprich, wenn man Zahlen hat, dass man die beispielsweise aufsteigend sortiert von, von eben halt der kleinsten Zahl anfangen zur, zur größten Zahl. Und das ist ziemlich kompliziert. Und die einfachsten Sortieralgorithmen machen das ungefähr so, wie das Mädchen in dem Video das macht. Die vergleichen einfach alle Elemente miteinander, tauschen die aus, fangen im Zweifelsfall auch mal wieder von vorne an. Und das ist ziemlich nah an dem dran, wie so ein Standard-Sortieralgorithmus aussieht. Und das ist wirklich Big-Brain-Meme. Ich glaube, das muss man wirklich ein bisschen erklären. Und zwar, der Richter sagt, ich verurteile sie zum maximalen Strafmaß. Ähm, der Angeklagte sagt, ähm, kann ich einen Tag mehr haben? Und darauf antwortet der Richter, okay, sie müssen nun minus 37.768 Jahre im Gefängnis bleiben. Also minus, also sprich, er kann direkt heimgehen. In den klassischen Programmierspray nehmen wir mal sowas wie C. Da gibt es beispielsweise sowas wie einen Short. Und Short sind zwei Byte. Und, ähm, das bedeutet, haben wir ja vorhin gelernt, ein Byte geht bis 256. Zwei Byte gehen bis, Preisfrage. Gut, ich werde es jetzt auflösen. 65.535. So, und ihr seht, das ist genau die Hälfte davon. Wenn man nämlich negative Zahlen darstellen will, dann nimmt man einfach die Hälfte. So, das heißt, das maximale Strafmaß ist plus 32.767. Und wenn ich da eins dabei rechne, komme ich auf der anderen Seite raus, nämlich bei der kleinstmöglichen Nummer, minus 37.768. Eigentlich, eigentlich richtig hier High-IQ-Meme. Und zum Schluss noch meine zwei absoluten Lieblingsprogrammiermemes aller Zeiten. Wenn ich die bei mir im Livestream zeige, die Leute können es schon nicht mehr hören. Aber den hier gerade besonders, den finde ich so unglaublich lustig. Die meisten Leute werden hier sagen, ah, Null Max, bist du bescheuert, das ist überhaupt nicht lustig. Aber ich finde den unglaublich lustig. Und zwar, warum leben Schlangen am Land? Weil es über dem Meeresspiegel ist. Also, so kann man es lesen. Aber was damit gemeint ist, ist einmal der Witz, die Ähnlichkeit von einer Schlange zur Programmiersprache Python. Die übrigens nicht von einer Schlange kommt, sondern von Monty Python, muss man auch dazu wissen. Tja, und Schlangen leben auf dem Land. Und C-Level, C ist eine Programmiersprache, die ist eben ziemlich Low-Level. Da kannst du beispielsweise Speicher von Hand managen und sowas. Und Python dagegen ist eine relativ High-Level-Programmiersprache, da musst du dich um sowas nicht kümmern. Also, Python ist eine High-Level-Programmiersprache. C ist eine Low-Level-Programmiersprache und deswegen ist Python above C-Level. Krasser Choke, ich weiß, ich weiß. Alles klar, ja. Okay, und zum Schluss, das, wo sich wahrscheinlich jeder irgendwie mit identifizieren kann, und das geht mir auch unglaublich oft so. Du sitzt vorm Rechner, hast irgendwas gebastelt und denkst dir so, scheiße, es geht nicht. Warum geht es denn nicht? Aber im umgekehrten Fall hast du es auch. Du startest das und es funktioniert und denkst dir, hä, das sollte doch eigentlich nicht funktionieren. Wie kann das sein, dass das jetzt einfach funktioniert? Also, das ist auch echt und auch der Ausdruck von dem Typ, das ist wirklich ganz stark, ganz nah an der Realität dran. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich will jetzt nicht zu viel auf einmal machen. Ich könnte hier wahrscheinlich noch Stunden mich drüber auslassen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, kann mir gerne ein Abo dalassen. Und mich würde es auch mal interessieren, ob es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich kann mich ja noch lange drüber auslassen. Eventuell mache ich ja noch mehr Videos in dieser Richtung. Und wir sehen uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.